Willkommen zurück zu Interactivity through Interactive Experience. Mich hat mir da mal ein bisschen die Steam-Seite angeschaut mit den Achievements. Und wie es mir scheint, haben wir jetzt alle fünf mal den roten Button gepresst. Von daher ist das durch mit dem Button. Können wir glaube ich nichts mehr machen. Allerdings gibt es noch versteckte Nodes und eigentlich auch dieser Gnome oder Zwerg, den wir da gefunden haben, hätte man wahrscheinlich in jedem Durchlauf einmal finden können. Für das ist es natürlich jetzt zu spät. Von daher können wir das wahrscheinlich auch vergessen. Aber es gibt noch versteckte Notizen und natürlich noch die zwei Exits, die wir nehmen können. Ich glaube jetzt sieht das Spiel wieder einigermaßen okay aus. Könnte also sein, dass wir vielleicht doch alles finden. Ich glaube zwar nicht, dass wir diese Zwerge finden können. Im Valve Room soll zum Beispiel ein Zwerg sein. Aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt noch finden. Ich glaube das wäre erstens Durchlauf gewesen. Denn jetzt ist glaube ich zu spät. Das wäre ja der Valve Room und ich glaube der wäre da unter der Bank gewesen. Habe ich leider verpasst. Schade, schade. Sonst wäre es vielleicht mal ein Spiel gewesen, das ich auf 100% gehabt hätte mit den Achievements. Aber das war es dann wohl. Gallery 3. Keypad. Keypads. Gibt es jetzt auch hier wieder einen anderen Code? Ne, jetzt ist es wieder 6. Gallery 4. Gallery 4. Ich rush jetzt hier etwas durch, aber es ist ja nichts Neues hier von der Hand. Du bist ein Klunk. Do not push the button. Aber ich will ihn pushen. Der Exit geht wieder auf. Könnten wir natürlich jetzt nehmen, aber der Schluss ist gerade wichtiger. Ich möchte schauen ob diese Notizen dort vorhanden sind. Ja, ich weiß, es ist zwar nicht du übernimmst. Aber ich möchte gerne wissen was dort auf diesen Noten steht, wenn die überhaupt noch da sind. Und dafür müssen wir jetzt hier durch. Irgendwo sollte einem egal sein, dem Stapel mit Zetteln liegt. Ich weiß, was du machst. Du kannst dich jetzt auf wenigstern. Für dich schon mal helfen. hier sind aber ok auch keine für was kann ich hier den hammer aufnehmen ja auch das rad aber keine kisten da ist auch noch was schenk dafür no really schenk dafür dass ich den zwick not abschmeißen kann come on no Ich hab's verkackt. Nice one! Wird zwar natürlich nichts bringen, wenn ich nur irgendwie einen oder zwei von denen hätte. Ah, wirklich, danke. Ich hab's auch verkackt. Zumindest hier. Ich weiß nicht immer, wo das zweite Wölf hin ist. Na, ja. Warte. Shift Alt B. Okay. Ja gut, so kann's auch gehen. Was ist denn? Was ist denn? Hat mir jetzt nichts auf ihn gebraucht. Push it again. Vielleicht ist die weisse Tür jetzt offen. Schade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch den Exit. Mit den ersten von zwei. Oder durch den zweiten. Können durch den zweiten zuerst gehen. Und dann nochmals schauen, ob wir da irgendwie diesen Zwerg bekommen. Und auch irgendwie diese Notizen finden. Eigentlich wären die dort gewesen, auf diesem Regal. Aber irgendwie leider doch nicht. Und auch hier hier kein Zwerg unter der Bank. Wo das glaube ich sein sollte. Und jede Bank jetzt hier zu durchsuchen ist auch etwas doof. Ich kann's ja trotzdem. Ich kann's ja trotzdem. Nachschauen. Auch wenn da wahrscheinlich nie was drunter ist. Auch wenn da wahrscheinlich nie was drunter ist. Kiebets. 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 Die Bilder sind auch irgendwie ein bisschen Rätsel. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Ich bin der Böse. Jetzt ist er etwas Lüster wieder weg. Na ja, cheerio! Cancel. Ergress. Are you sure you want to quit? Your progress has been saved. Yes. Okay. Gut. Resume. Okay. Hä? Ach so. Push it again. Jetzt liegt der Schlüssel hier. Der nicht für diese Tür ist. Wow, danke. Okay. Nein, man checkt das Spiel irgendwie nicht mehr. Okay? Hey. Okay. Oh, okay. Kein Zwerg, kein gar nichts. Auch hier gar nichts. Dieses Minigame hier finde ich echt nicht. Weiter geht's. In Richtung Bad. Kein Bits. Kein Bits. Kein Bits. Kein Bits. No. Ich muss doch da rein. Ich weiß, was du machst. Taddy Area ist Zaver Area. Hm. Das ist ein Zweck. Ist wahrscheinlich nicht. Amarsch. Ah jetzt. Dear Etheric Games, I was very interested in your offer to facilitate my proposed exhibition and urge that you begin preparations expediently. Please pay specific attention to the central installations. I need these to carry precision symbolism that must not be misconstrued. The clock-like illusions are a deliberate metaphor for the temporal consistence that these mechanisms inflict on my progress. I hope also that you have begun recording the script. I think it is of the most importance that I decide to grasp the button as a paradoxical expression of my own violent agency. Ich hab grad den Namen gesehen der das geschrieben hat. I must know that the button is forbidden. I am the rebel of my own whilst also knowing that I am being urgent towards this fate. A willingness sacrifice is not sufficient. The ritual requires my knowing ironic detachment. I attach him with my response to you, Jula, in Ernst Jens. Mein Steam-Name. Gut. Interessant. Sehr interessant. Ich hab's halt jetzt bloß nur die Hälfte verstanden, weil ich sehr vieles... ...wurde sind die mir absolut gar nichts sagen. Aber hey, ich glaub das Ganze geht hier irgendwie darum, dass... ...die, dass Etheric Games meine Ausstellung, die ich hier gemacht habe, also das hier Ganze, in ihr Konzept aufgenommen haben. Wenn ich das so sehe... ...gibt's mein Level 3, also mit Durchlauf 3... ...und Durchlauf 5. Nochmals zwei Notizen. Aber das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu doof. Naja... ...können auf jeden Fall jetzt hier noch durch den Exit gehen. Und schauen, was passiert. Ich weiß nämlich gar nicht, welcher Durchlauf das jetzt hier wäre. Okay. Kein Achievement, nichts. Nothing. Ich hätt' wahrscheinlich... ...Cancel drücken müssen. Schau. Hier ist ein weiterer Exit. Schau dir selbst die Probleme und wir brauchen deine Hilfe. Ja. Persistence. Errungenschaft freigeschaltet. Ich hab' keine Ahnung, welche Durchlauf das ist. Ich glaube fast, das müsste der zweite gewesen sein. Bei Level 2 gibt's ein Zettel. Level 3 und 5. Dann muss ich immer wieder durchlaufen. Ich muss alles... ...push it again. Okay, mal schauen. Ich kann ja diese Durchlaufjene jetzt nochmal anschauen. Okay. 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 Wir können den... ...würste. Wie wir jetzt. Wenn die vorgezogen wird, werde ich die wahrscheinlich auch einfach in zwei Teile. Noch ein Stück... Schlüssel... Schlüssel erinnert mich ein bisschen an ein Horrorspiel, wo man die ganze Setzschlüsse für Räumes haben musste. Aber das hier ist ja zum Glück kein... Hä? Falsch... Schliesst die Tür bitte da an, Geseh? Mal schauen, ob jetzt hier... Ach, ich bin mir egal, was anderes steht. Ich nehme mal den Hammer mit. Was? Du kannst nicht helfen, kannst du? Even wenn du ein Weg finden kannst, alles wird einfach nicht so gut. Es ist einfach nicht so gut. Es geht nicht so gut. Es geht nicht so gut. Hier ist noch ein Exit. Seid ihr euch für den Trouble. Und in der Hammer. ist der gleiche text naja gut dann würde ich sagen ctrl shift alt und b und somit vielen dank fürs zuschauen bei diesem let's play hier auf meinem kanal war ein bisschen crazy build und ein bisschen viel durcheinander und dann wird das gleiche wahrscheinlich nicht spiel für jedermann und jede frau auf jeden fall ja vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal wieder mit einem anderen let's play hier auf dem kanal tschüss